Als Immobilienmaklerin, als Immobilienmakler vom Solopreneur zum Unternehmer verändern willst, dann geht das auch immer einher damit, dass du dein Umfeld veränderst. Hast du ein Umfeld, was dein Feuer entfacht oder hast du ein Umfeld, was auf dein Feuer pinkelt? Und die nächste Folge zu unserem Immolusion-Podcast. Herzlich willkommen, mein Name ist Heinz Brustbach und heute wollen wir uns einem sehr spannenden Thema widmen. Hast du ein Umfeld, was dein Feuer entfacht oder hast du ein Umfeld, was auf dein Feuer pinkelt? Und genau das ist ein riesengroßes Thema. Stell dir einfach mal vor, ein Freund oder eine Freundin kommt jeden Abend zu dir nach Hause, hat einen Rucksack auf dem Rücken, kommt in dein Wohnzimmer und in diesem Rucksack ist ein Haufen Müll drin und jeden Abend aufs Neue schüttet diese Person diesen schönen vollen Sack voller Müll bei dir im Wohnzimmer aus. Und jetzt stell dir mal die Frage, was würdest du denn mit dieser Person tun? Würdest du das zulassen? Würdest du das feiern? Natürlich nicht. Aber wie viele Menschen hast du wirklich tatsächlich in deiner Umgebung, die ihren Müll, ihr Drama, ihre Probleme bei dir im Wohnzimmer sozusagen abwerfen? Und ich hatte vor ein paar Tagen ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit einer Kundin von mir, die genau dieses Thema hat, wo es darum ging, hey, was hast du eigentlich für ein Umfeld? Das heißt also, da ist zum Beispiel der Vater, der in der Firma arbeitet, der schon ein bisschen älter ist, der aber letztendlich eigentlich nie wirklich das macht, was sie will oder was sie sich gerne wünscht. Und dann sind da noch diverse andere Dinge. Und am Ende des Tages ist die Person einfach immer irgendwo gehemmt. Das heißt, die kann nicht aus ihrer vollen Energie heraus schöpfen. Und wenn du ein Umfeld hast, wo, man sagt ja auch so die Energiesauger, also wo permanent Menschen dir deine Energie absaugen und du weißt nicht, wie du da rauskommst. Also der erste Punkt, der total wichtig ist, ist, du brauchst wirklich ein Umfeld, was funktioniert. Und wenn ich mal auf meine Vergangenheit zurückschaue, dann weiß ich ganz genau, dass einer der größten, wenn nicht sogar der größte Punkt, mein Umfeld war. Und hier gibt es so viele verschiedene Facetten. Sind es erstmal, was verdienen die Menschen, die in deinem Umfeld sind? Ja, wenn du also, du bist ja, und das ist natürlich keine neue Information, aber du bist der Durchschnitt aus den Menschen aus deiner Umgebung. Ob das jetzt drei enge Freunde, fünf oder zehn oder ein erweiterte Bekanntenkreis ist, spielt dabei eigentlich gar keine Rolle. Der Punkt ist, wenn du aber nur Angestellte in deiner Umgebung hast zum Beispiel und du bist Selbstständige oder du bist Unternehmerin, dann wirst du einfach diesen Pfad, also du wirst immer runtergezogen. Du wirst immer auf dieses Level. Und dann hörst du so Sprüche wie, ja, willst du das wirklich machen? Und, ah, ich wäre da vorsichtig und, oh, da weiß ich nicht und so weiter. So, das ist das eine. Das heißt, das ist wie so ein kleiner Käfig, der um dich herum gebaut wird. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Du bist selbstständig, also Solopreneur, Einzelkämpfer, Einzelkämpferin. Und du hast nur Kontakt mit Einzelkämpfern, also die das Ähnliche tun. Das heißt, auch hier bleibst du immer in einer Blase, in einer Blase von Menschen, die gleich denken. Und jetzt stell dir mal vor, du unterhältst dich mit Menschen, die eben das Zehnfache an Umsatz von dir machen, die zehnmal so viele Mitarbeiter haben als du oder die überhaupt Mitarbeiter haben. Und in dem Moment gibt es genau zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du gehst unter, also du fühlst dich klein, was aber eine Mindset-Sache ist, also deine eigenen Glaubenssätze, die genau aus dieser Umgebung kommen. Oder auf der anderen Seite, du sagst, what the fuck, wie cool ist das denn? Das heißt, also du lässt dich inspirieren von diesen Menschen. Du nimmst einen anderen Blickwinkel an. Also das ist wie vergleichbar ein normales Objektiv von einem Fotoapparat oder eben ein Fischauge. Das heißt, automatisch kriegst du eine Panorama-Ansicht. Du kriegst neue Ansichten, du kriegst neue Gedanken. Und vor allen Dingen sind das Menschen, die zum Beispiel open-minded sind, die dir ganz andere Gedankengänge auch vermitteln können, die auch mit dir über ganz andere Themen sprechen, die deine Probleme und Herausforderungen kennen, weil sie selber da mal gewesen sind, nur mit einem kleinen, feinen Unterschied. Sie sind da rausgekommen, sie sind da durchgegangen, sie haben das umgesetzt persönlich. Also das heißt, immer wieder auch diesen Punkt zu verändern und nach vorne zu gehen. Deshalb ist ein inspirierendes Umfeld super wichtig. Und das kannst du auch vergleichen mit deinem Arbeitsumfeld. Ob das dein Büro ist. Was brauchst du, um ein gutes Arbeitsumfeld zu haben? Was brauchst du, um richtig Laune zu haben? Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich mag so ein bisschen Technik, da stehe ich drauf. Also ich mag einen großen Bildschirm, ich mag zwei Bildschirme. Nicht nur auf dem Laptop zu arbeiten. Ich brauche mein iPad, um da noch ein paar Notizen drauf zu machen und, und, und. Und das ist aber bei jedem unterschiedlich. Du musst aber wissen, was du brauchst. Das ist genauso, wie brauchst du Struktur morgens. Hast du zum Beispiel Schlafprobleme? Wenn du jetzt ein Umfeld hast von Menschen, die eben genau da auch eben open-minded sind, wenn das Menschen sind, die sich auch darüber Gedanken machen, dann wirst du auch viel mehr Verständnis haben. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn du in einem Umfeld bist, was eher eingeschränkt ist und du hast mal Drama, du hast mal eine schlechte Phase, dann werden die dich eher bestätigen. Die werden eher mit dir heulen und hast du die Erfolgreichen um dich herum, hast du ein inspirierendes Umfeld, die werden eher sagen, okay, lass mal nach vorne gucken. Was kannst du jetzt tun, um sozusagen ursächlich zu sein? Was kannst du tun, um eben jetzt aus dieser, gerade aus dem Tal der Tränen, aus dem Jammertal herauszukommen und erfolgreich zu sein? Also was musst du tun, damit es dir wieder gut geht und nicht, was musst du tun, damit du sozusagen einfach mehr Spaß am Jammern hast? Weil das ist das, was erfolgreiche Menschen auszeigt. Das muss man natürlich auch vertragen können, das muss man wollen. Nur das Schöne ist, wenn du da einmal drin bist in diesem Thema, also sprich inspirierenden Umfeld, dann macht das extrem viel Sinn. Und vor allen Dingen mal genau hinzuschauen. Du redest einfach mit diesen Leuten und die Handhabung ist sehr, sehr einfach. Wenn du also ein Umfeld hast, was nicht inspirierend ist und die Leute gehen dir auch tatsächlich auf den Keks, gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder du redest mal mit ihnen darüber und sagst, ey, ich finde das eigentlich nicht cool, das macht keinen Sinn, das will ich auch nicht. So, und dann wirst du ganz schnell merken, wenn du nämlich den Druck ein bisschen erhöhst, wie die Leute sich dann verhalten. Unter Druck merkst du immer, wen hast du wirklich in deiner Nähe. Das sind genau die Menschen, die nämlich bei den erstbesten Problemen auch abhauen und weglaufen. Andererseits, wenn es einfach nicht funktioniert, dann lass es auslaufen. Und ich kann dir eine Sache garantieren. Wenn du deinen Erfolg als Immobilienmaklerin, als Immobilienmakler vom Solopreneur zum Unternehmer verändern willst, dann geht das auch immer einher damit, dass du dein Umfeld veränderst. Und damit sind wir automatisch auch direkt bei dem Thema Coaching. Ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn ich mal die letzten 30, über 30 Jahre bei mir reflektiere und die Phasen, wo ich einen Berater, einen Coach, einen Trainer, nenn es wie du willst, eigentlich vollkommen wurscht, hatte, ging es bei mir immer nach oben. Immer. Wirklich ausschließlich ging die Post ab. Weil ich jemanden hatte, der ehrlich zu mir war, weil ich jemanden hatte, der mich bestätigt hat, weil ich jemanden hatte, der mich unterstützt hat. Und wenn dann mein Ego mal wieder zu stark war und ich glaubte schon, der Coolste zu sein und jetzt könne ich ja alles selber, jetzt bin ich so richtig gut drauf. Das waren genau die Phasen, wo es dann bei mir wieder abwärts ging. Also dann ging es abwärts, da habe ich irgendeinen Blödsinn gemacht. Falsche Entscheidungen, unvernünftige Entscheidungen. Ja, ich war lost. Whatever. Es ging runter. Und so kann ich wirklich diese über 30 Jahre genau nachvollziehen. Ich habe es nämlich wirklich gemacht, wirklich mit einem Grafen. Genau nachgerechnet und ich sehe, da hatte ich einen Coach, da hatte ich jemanden als Mentor, da hat mich jemand inspiriert, da hat mich jemand unterstützt. Und all die anderen Phasen, wo es unten war, da war ich allein auf weiter Flur, der einsame Wolf sozusagen in der Prärie. Und natürlich mag es sein, dass du vielleicht jemand bist, der dieser einsame Wolf ist, der alles mit sich selber ausmacht, der so strong, so stark ist und keinen anderen braucht. Das mag alles sein. Ich war derjenige nicht. Und die meisten da draußen sind es auch nicht. Und die brauchen genau dieses inspirierende Umfeld. Und ich kann dich nur animieren dazu. Schau da erstens genau hin. Achte mal genau darauf. Sind es wirklich Leute, die dein Feuer entfachen? Und hast du dir insgesamt eine Umgebung geschaffen, die dich nach vorne katapultiert? Und last but not least auch eine Sache, die ich dir nur wärmstens ans Herz legen kann, dass jeder, der wirklich erfolgreich ist, sind immer Leute, die haben gelernt. Das heißt, sie haben sich Wissen angeeignet, natürlich auch in Sachen Kommunikation, auch in Sachen Umfeld, auch in Sachen, welche Menschen brauche ich. Und deshalb lade ich dich herzlich ein, genau an der Stelle weiterzumachen, weil das wird dich auf ein neues Level bringen. Und wir sind gerne für dich da. Wir sind gerne ein Teil deines inspirierenden Umfelds. Deshalb abonniere unseren YouTube-Channel, wenn dir das gefallen hat, wenn du mehr von diesen Tipps haben willst. Und natürlich auch unseren Podcast hier auf den anderen entsprechenden Kanälen zu abonnieren. Und wenn du einfach jemanden an deiner Seite haben willst, der die Dinge, die du noch vor dir hast, alle schon gelöst hat und das System, das Konzept, die Strukturen und die Prozesse hat, die du brauchst, um aufs nächste Level zu kommen, dann solltest du jetzt hier unter diesem Video deine kostenfreie Coaching-Session vereinbaren, damit wir miteinander sprechen können, deine individuelle Roadmap zu erarbeiten, um dich aufs nächste Level zu bringen. Ich wünsche dir was. Bis dahin, alles Gute. Es ist sehr, sehr viel Know-how, was vermittelt wird. Heinz ist nicht ein Coach, sondern wirklich ein Mentor, der einem zur Seite steht, wenn man ihn braucht. Und es steckt sehr viel Professionalität dahinter. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020